Die Bezeugungstäter, erstens mal laufen, macht immer Spaß, aber man muss Berlin aufwecken, glaube ich, es geht um Olympia. Und Hamburg liegt vor, weil die Berliner sich nicht beteiligen und nicht überhaupt gar nicht wissen, dass das sich im Februar hier schon entscheiden wird. Und von ihnen hängt es ab, von allen Berlinern, ob sie mitnehmen.